Ja Leute, zurück zu meinem Let's Play Roller, Graster Daikon 3, ich versuche hier krampfhaft immer noch was zu bauen, naja, das ist echt ein Krampf, und irgendwie sieht alles nicht geplant aus, irgendwie so, ja, Katastrophal, was ich hier gebaut habe. Jetzt ist die falsche Stange da auch schon so lang, ach, na, mal überlegen, was ich hier noch machen kann. Und die ganzen Affen stürmen hier hin. Aber ich will noch eine Achterbahn bauen, aber ich kriege es ja nicht hin mit der Achterbahn, und außerdem habe ich hier egal ein Platz für eine Achterbahn. Nicht, wenn ich sie bauen möchte. Das nervt. Nerven! So, jetzt soll er ihm was anderes geben. Oh, jetzt rüber nach. Oh, so eine Dauer. Hm, hä? Ah, das sieht aus wie ein Raumschiff. Wo kann ich denn den Scheiß platzieren? Hä? Hä? Ich finde nichts abgerissen. Und dann? Und dann? Oh, come on. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Warte jetzt doch mal. Ich habe, äh, weiß nicht was ich machen soll. Dann kommt schon mit Dauer. Lüftkletter-Pult. äh fahrtung da schaffte mir heile fa polis so fest oh ja kresen ffff 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 Wow. Oh. 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 Oh Gott Verhatung Ich habe den Wandtechniker gerufen Ich habe den Wandtechniker gerufen Das ist auch noch ok Was ist mit Dachterbahn Und hier ist schon auch noch ok zu sein Und was ist hier mit Das ist auch noch ok Ey, also das Ding ist ja voll anfällig hier Das ist doch scheiß Ding Ach, da haben wir noch Musik, die Dinge, ach du Scheiße, ey. Ah, aber siehste, das Scheißing funktioniert wieder, kommen wir wieder wieder rein, hua ha ha ha, ihr seid doch alle, da rische. Na ja, na ja, na ja. Was haben wir denn, na, gut, schuldig, da. Ja, na ja, na ja. Ja, na ja. Wir haben alle 10 Minuten, die hier sind echt zu anfällig, alle 10 Minuten. Tollo Scheiße. Ja. 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 Also ich soll mal mehr Frischbund bauen. Ah, jetzt läuft es wieder. Das Ding läuft auch wieder. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Finanzen. Oh, ja. Puh. Habe ich hier keine Einnahmen? Was ist denn das für ein Scheiß? Verankluss und Schwaaaaaaah. Das ist schon mal. Oh, oh, naja. Das ist ja was er macht. Ach, das ist auch scheiß Dauer, ey. Da geht mir sowas auf. Ah, ja. Kann ich hier nicht wieder abreißen? Ja, weg mit dem Scheiß der Schuss oder so. Brauch ich nicht. So. Minisug. Hier soll ich noch Minisug bauen. Ne, nein. Ich schaff gleich mal so einen Schwachsinnigenzug bauen. Was so kacke ist. Warte, wie ich es speichern kann. Äh. So. Okay. Äh. Ja. So, Leute. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Ja, und dann geht es mal weiter hier. Damit, boah, meine Nerven gehen richtig kaputt. Okay, Leute. Bis dahin. Tschüss.